Aus dem italienischen Trentino und Slowenien wandern regelmäßig Braunbären ins Kärntner Geiltal. Doch Begegnungen mit dem Menschen sind selten. Eher findet man schon einmal die Hinterlassenschaften der Bären, Kratzspuren an Bäumen oder auch Tatzenabdrücke. Der Braunbär meidet den Menschen. Mit scharfen Sinnen ausgerüstet verzieht er sich vom Menschen unbemerkt meist in eine Deckung. Kommt es doch einmal zu einer Begegnung, dann ist es für beide Seiten meist völlig überraschend. Honiggeruch aus den Bienenstöcken hat diesen Bären angelogt. Ich scheiß mir unter Bären. Wer hier wohl mehr beeindruckt war. Völlig arglos trottet dieser Bär entlang des Weges und scheint die Pfiffe des Filmers nicht zu bemerken. Angezettet. Angezettet. Erst der Ruf macht ihn aufmerksam und er verzieht sich blitzschnell. Untertitelung des ZDF für funk, 2017